Mein Name ist Angela Julie Wadenpol. Ich bin studierte Ernährungsberaterin und diplomierter Gesundheitscoach. 2019 habe ich das Startup Reset Yourself gegründet, um Endkunden dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern. Und kurz danach habe ich RISE gegründet, um auch Unternehmen dabei zu unterstützen, die körperliche und mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern. Meine Mission ist es, den Menschen die Kontrolle über ihre Gesundheit zurückzuschenken. Mit einfachen und erlebbaren Schritten. Durch eine Optimierung ihrer Ernährungsgewohnheiten und ihrer Denkmuster. Ich schenke ihnen neues Wissen und neue Erfahrungen. Und wer sich darauf einlässt, will oft nicht mehr zu den alten Gewohnheiten zurück. Und dann habe ich mein Ziel erreicht.